So, meine Lieben, es ist wieder Zeit für unser alljährliches Familienfoto, sagt Cheese. Damals waren wir so glücklich. Sich scheiden lassen ist doof. Ups. Na, der Typ gefällt mir schon besser. Hier ist der beste Stiefdead. Willst du was? Schau mich nicht so an, er gehört nun zur Familie. Sack Cheese. Okay, ich bin nochmal alles durchgegangen. Ich kann jetzt endlich los. Uh, ich hab zu viel eingepackt. Ciao, gute Reise. Eww, endlich hab ich die Bude für mich allein. Game time. Oh yeah, genial. Was geht? Hey, wer hat alle meine Snacks aufgegessen? Du hättest wenigstens aufräumen können. Schon mal was von Recycling gehört? Ich rede mit dir. Ja, ja, schon gut. Okay, ich rufe meinen Dad an. Hi, es ist schon wieder passiert. Jetzt kannst du was erleben. Das ist so traurig. Daddy. Bitte hilf mir. Nun, also, warum heulst denn du? Dieser Film ist so herzzerreißend. Ist das ein Straßenkind? Oh, das ist traurig. Ich wünschte, ich könnte ihr helfen. Hey, sie wird adoptiert. Was? Ist das zu fassen? Das reicht. Ich rufe Mom an. Mom, bitte komm wieder nach Hause. Hä? Dein Schatz ruft dich an. Hallo? Was sucht der denn hier? Habt ihr beide nichts Besseres zu tun? Wir stehen schon auf, okay? Wir haben gleich alles aufgeräumt. Wie viel Limo hast du denn getrunken? So. Entschuldige, Schätzchen. Hast du Lust auf ein paar Snacky Snacks? Hier, das ist für dich. Wie schön, sie sieht so glücklich aus. Mom sollte öfters verreisen. Alles klar, bereit für die Schule. Vergiss nicht dein Pausenbrot, Liebling. Hier, bitte. Danke, Dad. Hier ist dein Pausengeld. Viel Spaß. Danke. Warte. Ja? Nein, nein, nein. Nimm diesen Rucksack. Und das hier. Wow. Sicher, dass ich das Zeug brauche? Nur für den Fall. Und vergiss nicht, Daddy liebt dich. Hey. Ich komme viel zu spät. Ich muss los. Oh. Mann, das wäre beinahe schiefgegangen. Oh, Mann. Zum Glück bin ich da raus. Ich kann all das Geld kaum tragen. Zwei Väter sind echt anstrengend. Oder liegt es nur an dem Rucksack? Niemand zu sehen? Dann kann es ja losgehen. Herr mit der Tasche. Hey. Gib sie mir wieder. Du lässt mir keine Wahl. Wo ist der Dieb? Bereit für eine Abreibung? Ja. Zeig es ihm. Dad am Boden. Hilfe. Hilfe. Was ist denn hier los? Wow. Ich gehe zu Boden. Ähm. 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 Niemand geht so mit meinen Vätern um. Wow. Äh. Das lohnt sich nicht. Ja, verschwinde lieber. Puh. Alles okay bei euch beiden? Hier. Heißer Kakao für euch. Muss ich mich denn um alles kümmern? Penny hat Geburtstag. Da gibt's einen fetten Geburtstagskuchen. Bereit? Sowas von. Mal sehen, was du drauf hast. Möge die Challenge beginnen. Wow. Das war eine kleine Zuckerexplosion. Welcher Kuchen wird ihr am besten gefallen? Schokolade oder Zucker? Das sieht interessant aus. Wie du meinst. Hey, so schlimm ist es doch gar nicht, oder? Um ehrlich zu sein, beide sind schlecht. Penny. Schnell versteck den Kuchen. Da ist ja unser Geburtstagskind. Was riecht hier so süß? Habt ihr für mich gebacken? Äh, nein. Auf keinen Fall. Penny, nein. Uh. Wow. Gleich zwei Kuchen für mich alleine? Die sehen toll aus. Das sind wahre Kunstwerke. Danke für die Überraschung. Als ob die beiden backen könnten. Zum Glück war ich da und habe diese katastrophalen Kuchen ausgetauscht. Gute Arbeit. Hm. Oh. Hi, Dad. Ich komme. Eiswaffeln? Oh. Oh, du bist ja auch noch da. Hier für dich. Hey, danke. Wir haben genug Eis für alle. Das perfekte Wetter für Eiscreme. Hm. Wo ist sein letztes Album? Kevins Musik ist einfach die beste. Ich wäre auch gern Superstar. Yes. Sing für mich, Kevin. Kevin schmeißt ein Konzert? Wow. Da muss ich hin. Hm. Es ist schon ausverkauft? Ich werde Kevin niemals live sehen. Oh, nicht weinen, Penny. Wir müssen was tun. schon dabei. Ein bisschen mehr Concealer, Mr. Kevin. Bist du bereit? Yeah. Das reicht. Okay. Ich komme. Sorry, Kevin. Werde ich nicht, okay? Ist der schwer. Gleich geschafft. Ignoriert uns einfach. Das ist aber ein großes Baby. Wir haben hier ein Geschenk für dich. Okay. Sag hallo zu deinem Lieblingssänger. Hä? Wie? Wow. Das ist ja Kevin. Hi. Na los, dann sing mal. Wow. Nein. Ich muss weg. Na gut. Unglaublich, dass Kevin hier ist. Und er singt nur für mich. Das haben wir gut gemacht. Oh mein Gott. Das ist eine geniale Idee. Na los, Dad. Ich bin wieder da. Oh, hi, Mom. Was ist das denn? Ähm, ist das wirklich dein Vater? Oh. Okay. Ihr habt mich dran gekriegt. Dann lasst uns endlich das Foto machen, okay? Und nochmal mit Grimassen. Eine glückliche Familie. Wie ist deine Patchwork-Familie drauf? Verstehen sich dein Vater und Stiefvater auch so gut? Vergiss nicht, das Video mit Freunden zu teilen. Schon gesehen? Abonniere unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen.